Jo Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video Was war das? Schnick, schnack, schnuck oder so? Keine Ahnung Wie es der Videotitel schon sagt Oh mein Gott, es gibt schon wieder ein krasses Pack auf Twitter Ich muss es euch gleich zeigen Zuallererst Freunde, ich habe hier noch 11 Packs Sollte ich jetzt ihnen was krasses ziehen Ich werde dieses Pack dann mit reinnehmen Ansonsten geht es dann weiter mit React to Top Packs Ich habe auch gesehen, es wurden mir auch geile Packs eingesendet Wenn ihr mir auch, wenn ihr auch krasse Spieler gezogen habt Mit einer richtig geilen Reaction Schickt mir das doch gerne an bdbbewertung at gmail.com Ist in der Videobeschreibung unten natürlich verlinkt oder geschrieben Genau so ist es Schickt mir das gerne Einige von euch haben mir richtig geile Packs geschickt Und ja, wie gesagt, ich werde jetzt mal ganz kurz die Cam richten Ja, genau Und ja, wie gesagt, ich habe jetzt 11 Packs vorbereitet Cristiano Ronaldo ist ja zum Ziehen in Form Aber zu denen kommen wir später Oh, dann war ich so krass Und ja, sollte ich ihnen was krasses ziehen Ich werde dieses Pack mit reinnehmen Und ja, wenn nicht, dann geht es dann ganz normal weiter By the way, würde es mich natürlich freuen Hinterlässt dem Video doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben Wenn ihr mir Packler gönnt Wenn ihr euch Packler gönnt Wie gesagt Make the button blue Scheiße, woher meine English? Woher meine English, Bruder? Huch Huch, ich dachte schon Ich dachte schon Aber 2, 2 mal blau Ist schön Das hätte ich gerne, wenn dann die Team of the Year Zeit ist Aber ja, lass mal Komm mal, lass mal Kommt einfach nichts Oh, the next blue The next blue Geil Mein Packlack im FIFA 20 ist nicht so geil Wer war bis jetzt euer bester Spieler? Meiner war Sadio Manei Und den habe ich nicht mehr selbst gezogen Den hat mir ein Zuschauer auf der Game City gezogen Und ich selbst, ja Ich habe Sergio Aguero gezogen Also dieses Jahr Wow Oh, 5000 Kons Okay, das ist jetzt krass Das ist krass, krass Habt ihr schon mitbekommen? Hunter und Shadow Wie viel die jetzt kosten? Das ist einfach Ne, das ist zu heftig Hätte ich mir nie gedacht Dass jemals ein Cam Style Mehr als 5000 Kons kostet Shadow und Hunter kostet Ja, oh Oh, der kommt Oh, ein Walkout, Leute Ach, das ist McGann, oder? Oder wie der heißt McGinn? Egal, wenn ich es in Form Schade halt, dass es Nicht Cristiano Ronaldo war 84 in Form McGinn Okay, aber da könnte, glaube ich Noch was dahinter sein, ne? Ein normaler Walkout Wie Messi zum Beispiel Ja, na klar Ja, eins haben wir noch Und Leute Alter Was dieses Pack war Ich schwöre es euch Das kommt gleich Oh, der kommt auch Der kommt Ach, kein Walkout Hehehe Ist nicht sein Ernst, Leute Ach Ist nicht sein Ernst So bitter, Alter Das hätte Ruhig, dass es die Flagge Von vorher Also vom vorherigen Pack sein können Und dann wäre es Bernardo Silber gewesen Oh, schade Okay Ich habe nichts gezogen Aber schauen wir uns jetzt mal Die richtig geilen Pack-Reactions an Ey, da waren Sachen dabei, Freunde Das war zu krass Ja, Pilot Pato ist wieder da So, Freunde Das erste Pack ist vom YouTuber Taiplay Er hat schon von dem Besten gelernt Find Ike oder Icon im Pack Ich habe das Best of schon gesehen Bruder Du bist dein Erre, Bruder Ich glaube, das war Icon in Yester Oder so, SBC Ich weiß es nicht Aber, aber, aber Respekt an der Stelle Schon mal Best of 24 Stunden Stream Ich habe wirklich Respekt An die Leute Die einen 24er schaffen Ich selbst Habe es, glaube ich Zwei- oder dreimal gemacht Und einmal habe ich es Wirklich geschafft Beim zweiten Mal Habe ich, glaube ich 22 Stunden geschafft Also auf jeden Fall Respekt geht raus An der Stelle Schauen wir uns mal Deine Pack-Reaction an 2, 2, 1 Komm Junge, jetzt kommt die Ikone Ikone Ja, 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 ja Walkout Stark Musik ist auch geil Holland Infer, Van Dijk Van Dijk Van Dijk Van Dijk Van Dijk Van Dijk Oh mein Gott, Digga Oh mein Gott, Digga Alter, Van Dijk Junge, Van Dijk, Mann Oh mein Gott Welche Teile Wir haben 500 K Die Leute Oh mein Gott Oh mein Gott Van Dijk Aber Bruder Wenn jetzt wegen dir Mein Video gesperrt ist Nur wegen deiner Musik Nein, Spaß Auf jeden Fall Geiler Beat Und deswegen reagiere ich Auch so gerne Auf eure Pack-Reaction Weil ihr so Ja Ich fühle euch einfach so Deswegen Ich möchte nicht allzu oft Dazwischenreden So wie ich das jetzt tue Einfach genießen Einfach meine Mimik schauen So geil Bruder, was machst du? Das erinnert mich an Bruschi Arkeo Ah, Jan Ah, mein Knie Boah Inshallah Inshallah Masha Van Dijk Oh mein Gott Alter, ich sag heute kommt was dickes Ah Aua, ich hab mein Knie Ja, am nächsten Tag war dein Knie wahrscheinlich auch dick, Bruder Ejo, Mazzucchi Ja, auf jeden Fall 1.570 Abonnenten Prime Goldspieler Pack war das gerade, sehe ich Prime Goldspieler Pack war das gerade, sehe ich Abfahrt Oh noo Schaut ihn an Gar nicht begeistert Überhaupt nicht Lf Lf Nein, hä? What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Geil Nein Ich weiß nicht, ob er gestreamt hat währenddessen, hä? Ich weiß es nicht Das Ende ist so geil, Leute Schaut jetzt Er geht einfach, Video ist vorbei Geil, auf jeden Fall GG zu Mbappé Info Dankeschön für die Einsendung, auf jeden Fall Nochmal, checkt ihn aus Urgeil Er zieht ihn einfach Und er geht an Videos vorbei Ohne Ciao sagen Besser, Mann Dann hat mir der gute Dodorado Eine Icon eingesendet Er ist ein Twitch-Streamer Er hat keinen YouTube-Account Deswegen, wenn ihr auf Twitch unterwegs seid Auf jeden Fall Verlinke ich euch seinen Twitch-Kanal Checkt ihn aus Er hat eine Icon gezogen Achtet, da stand jetzt die Besten, ne? Genau, Leute Achtet, da stand die Besten Hier steht auch oben Mit der Ansage des Jahres Icon Ori im Pack Also, das war die SPC die Besten Ich weiß gar nicht mehr, wer alt I ist Bin ich jetzt auch gespannt, Bruder Ha, wir wissen es ja eigentlich schon Ist auch ein Prime-Goldspieler-Pack Halt's Maul Walkout Krankheit M-P-P? Moin O-Ri Halt's Maul Halt's Maul Oh, süß sein Blick, ne? Richtig süß So voll sprachlos Halt's Maul Das Trikot kenne ich auch nicht Ne Icon Ori, Junge Junge, sei die Gönne, einmal Sein Blick so geil Guck an, sein Blick Bruder, ich mach mit dir Aber hast du Achselhaare, Bruder? Kann das sein? Ne, oder? Schau's im Blick Schau, schau, schau So eine Karotte rein So geil, schaut's im Blick Bruder, mach den Mund mal zu Halt's Maul Ich wollte einfach nur ein paar SBCs und Rivals machen Ich krieg einfach ein Ori, Alter Gönne ich dir Jetzt ist mein Video safe gesperrt Wegen der Musik Danke Ich krieg kein Geld Junge, aus so einem Dreckspick Na, ich gönne dir das Ich zieh ne Icon Da bin ich jetzt auch gespannt Wie viel er zu dem Zeitpunkt wert war Schau mal nach, Bruder Schau mal für mich Wie viel? Wie viel? Sag Bruder Hallo? Hallo? Was denn? Sag Bruder, kannst du ne Zahl sagen? Junge, 1,4 Aha Warte mal Ich schau mal nebenbei Der ist doch safe jetzt mehr wert, oder? Alter, was? 90er Ori 1,4 Millionen, Junge Ja, der kostet immer noch 1,4 1,4 Millionen, Digga Seid ihr auf jeden Fall gegönnt Ah, ist ein Blick Wie gesagt, richtig süß Seid ihr auf jeden Fall gegönnt Und nochmal, Leute Solltet ihr auch ein geiles Pack haben Eine geile Pack Reaction Schickt mir das sehr, sehr gerne ein Ich bin so gespannt auf eure Reaktionen Also Twitch-Kanal von Dodorado Ist natürlich verlinkt Aber jetzt kommt Jetzt kommt es, Leute Das Zuallererst Zuallererst Also eine kleine Vorgeschichte Zuallererst Hatet er EA So was von krank Checkt auf jeden Fall FIFA Rack 7 aus Er hatet EA So heftig Und schaut einfach, was dann passiert, Freunde Schaut das Schaut das euch an Es ist zu lustig Fuck, I said I'd get fucking McGinn McGinn I bet everyone in the fucking FIFA community Has got McGinn Fucking shit, cunts Crack and blow Fuck off EA If you don't give me Ronaldo I'm not spending no money on the game Oh my god Oh my god Oh my god Wait Oh my god Cristiano Zuuul Zuuul Oh my god Fucking get in there Ronaldo Also wie krass ist das Wie krass ist das Ich glaube, wir sollten jetzt alle in vorne Immer EA haten Und dann sieht man Cristiano Ronaldo Oder halt die krasseste Karte Das ist zu heftig Wem habt ihr eigentlich in den Weekend League Rewards gezogen? Schreibt mir das auch unbedingt in die Kommentare Und Ey, ich fand die Reaktion aber auch richtig, richtig geil Wie er einfach so reinschreit So, ich weiß nicht Ja, und nochmal Wenn euch dieses Format gefällt Hinterlasst gerne ein Däumchen nach oben Schickt mir gerne eure besten Packs mit Reaction ein Bdb-Bewertung At gmail.com Ihr werdet alle natürlich verlinkt Ohne Probleme Und ich wünsche euch einen schönen Tag Ciao 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 Ciao